Ja, also die Mission ist hier ein Traum gerade. Fehler gibt's in der... Boah, jetzt gibt's hier überhaupt gerade nicht. Ist alles perfekt. Ah, erwischt. Ja, das erinnert ein bisschen an Star Wars Episode 6. In den Wald, mit den Ewoks, auf Endor. Ah, getroffen. Sehr schön. So, und leider... Jetzt kommen noch diese komischen Brocken hier. Die man schon entgegenfahren kann, denn das war auch tot. Irgendwie könnte man noch nicht richtig steuern. Ich bin ja schon froh, dass wir überhaupt so ein paar Meter weit jetzt gekommen sind. Leider muss ich noch das Ende des Levels jetzt finden. Und das könnte recht schwierig werden. Dann legen wir mal Ewoks hoch. Und... Oh nein! Boah. Ah ja, schwein gehabt. Oh, das Ding brennt. Na gut. Dann jetzt mal auf die harte Tour. Wir können uns ja mittlerweile im Laufen heilen. Boah. Ey. Nein! Nein! Ach nein! Ja, da hat er uns umgefahren. Die Schweinebacke. Ja, wie schon erwähnt. Könnte jetzt ein bisschen knifflig alt werden. Da wir ja noch nicht mal richtig zielen können. Das kann ich auch wirklich nicht... Alter! Was geht denn hier ab? Hallo? Ey, die Maus ist völlig am ausrasten. Oder das Spiel... Oder die Tastatur. Ich weiß es leider nicht. Kauft man sich schon 105 Euro Maus und dann macht ihr auch noch Faxen, ey. Oder Tastatur. Ich weiß es halt nicht, leider. Ey, was ist ja immer los? Ne, also das regt mich jetzt echt auf. Ich hab's auch nach dem Spiel nochmal probiert, ob es dann weg war. Es war immer noch da. Also ich hab's ja schon vorher gewusst, dass es noch gar nicht so sein sollte. Könnte. Und ist es leider auch so... Ist es leider super so passiert. Das werde ich wohl auch nicht mehr erinnern können jetzt. Werden wir jetzt in der Mission mit leben müssen? Ja, das will ich gar nicht sehen, dass er da jetzt abstürmt eigentlich. Abstürmt. Und heute ist auch ein Scheiß da. Ah! Ey, die Maus macht was sie will, ey. Mann, Mann, Mann. So, zipp. Wir müssen hier Power reinbringen. Ah, das war eine schlechte Idee. Ah, nee, reingehabe. Das ist nichts passiert. So, das mal... Oh, nein! Was, zeigst du uns jetzt hier? Das war so ein schöner Springer oder was? Hm, naja, gut. Also. Ach, das ist doch wieder hinter uns. Ah! Extrem nervig jetzt. Persönlicher Tiefpunkt des Tages wahrscheinlich. Komm doch her, Junge. Komm doch her hier. Ja, genau hier, du hier. Zack! Genau, verpissen. Ach, schön, wie das Lichtwetter auch hinter uns hängt. Das wollen doch die Zuschauer sehen. Wo hängst du denn hin? Ja, falsch Richtung. Das weiß ich auch. Sag dem mal der Maus. Komm, weg hier. Fräulein. Ah, ja, 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 warte mal. Viel wichtiger ist, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ach, wo war denn hier das Ende des Levels? Also, wir hätten jetzt schon am Ende sein können, wenn man es wissen will, glaube ich. Ja, hier geht's durch. Das weiß ich auch noch um die alten. Und, ich glaube, da geht's doch da lang. Ah, da ist wieder noch ein Durchgang. So, gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig. Ansonsten. Dann, genau, kommen wir mal wieder hier raus und dürfen den ganzen Scheiß normal machen, wie es aussieht. Oder es sieht nur gleich aus. Ich weiß nicht, ich habe diese Mission noch nie wirklich verstanden. Ich war mir schon immer ein bisschen sehr merkwürdig. Ich stehe wieder raus. Ach, klasse. Ja. So, und die Herren sind immer noch hinter uns und schießen immer noch mit den Brexteilen auf uns. Ach, klasse. Ein eigenes Ausweichen per Spiel. Ah, da ist nämlich noch. Ich glaube, da noch. Ich glaube, ich glaube, ich noch oben. Ei. Wo geht's denn hier lang? Ja, hast du hier selber gebracht. Super cool. Kommt, alle weg hier. Weg, weg, weg. Ich muss den Ausgang finden hier. Das kann jetzt keine Dreiviertelstunden-Mission werden. Ah, gehen wir mal hier hoch. Nein. Ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Aha. Nein. 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 Jetzt darfst du hier nichts machen, Junge. Ach, unser Mobile hier. Unser Viech ist gleich weg. Komm, jetzt aber jetzt. Nein, nein, nein. Jetzt muss keine Scheiße. Nein. Nein. Äh, ja, so viel dazu. Ja, wir sind tot. Ah, wie mich das aufregt. Aber, ähm, ich will jetzt jetzt hier beenden, die Mission. Ich werde das jetzt irgendwie noch hinbekommen. Und wenn ich, wenn ich jetzt, äh, das echt, ja, habt ihr ja gesehen, ich soll da rüberspringen mit Turbo. Ähm, wenn ich das jetzt in dieser Aktion nicht schaffen sollte, dann werde ich den letzten Versuch einfach rausschneiden. Ähm, und wenn ich es jetzt schaffen sollte, dann ist es mehr, dann lasse ich ihn jetzt einfach drin. Ist ja auch irgendwie krank egal, weil sonst wäre der Mission eh ein bisschen kurz geworden, glaube ich. Und jetzt hackt auch noch alles. Ey, wird ja immer besser heute. Wird immer besser. Das ist einfach nur ein Traum. Naja, hack mal weiter. Jetzt, jetzt, wo wir es gerade nochmal probieren müssen, dass ich anfangen. Naja, jetzt rastet er richtig aus. Richtig geil. Ist ein Traum, ist ein Traum. Ah, das ist ja jetzt hier. Die Hakkulümpics. Die Hakkulümpics. Ja, ja, hau mal, schieß mal auf mich. Mach mal. Ich will dann nur zu den chillen Mission. Nein, nicht abspringen. Nein, nein, nein. Ah, wo ist mein Flieger hin? Oh, und das war's. So, jetzt reicht's. Mir macht's ein Auffahrungspäuse. Bis denne. So, ihr könnt mir jetzt gerne, ich glaube ich werde diesen Part als Special Part hochladen, ähm, ich fang jetzt hier nochmal an. Ich hab ja gesagt, ich mach das erstmal offscreen, weil ich weiß halt nicht, wie lange ich das noch brauche, um das zu schaffen. Vielleicht erscheint der Part irgendwann mal, vielleicht packe ich noch niemals hoch. Ähm, damit es trotzdem nicht zu lange wird, werde ich trotzdem brabbeln. Obwohl ich weiß, dass Tipperat euch vielleicht niemals erreichen wird. Und wir haben nur noch 51 Leben. Was ist denn hier los, ey? Nein, ah, diese verdammte Maus, ey. Oder was immer auch das einmöge. So, ja, 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 ähm, schöner Samtagsausflug hier über die Dünen. Wir werden gleich von Leser, äh, wir werden uns mal erschossen. Ah, ne, ja, du kannst dich direkt mal hier verpissen. Und du gleich auch nochmal, genau. Und tschüss. Ich will ja auch nicht zwischendrin immer, au, immer speichern. Das sieht dann auch scheiße aus, weißt du? Wenn ich es dann nur geschafft habe, weil ich alle 5 Meter gespeichert habe. Und die das, dann den Part immer wieder geladen haben. Will ich ja irgendwie auch nicht. Ist ja auch irgendwie ein bisschen gefälscht eigentlich für mich. Wie lange wussten wir noch gar nicht, oder? Ach, Mensch. Nein, 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 nein. Oh, nein. Ach, haben wir überlebt, Dude. Puh. Das ist echt eine wilde Fahrt heute hier. Das ist schwer raus. Hau doch einfach mal ab. Ey. Ich fühle mich mal die Scheiß-Mission beenden. Dann liegt auch schon wieder weg von eurem Dreckspaneten hier. Nein, 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 nein. Oh. Gott, das würde ich aber auch schreien gehabt. Das war ja am Leben. Okay, schnell mal kurz hier weg. Und direkt wieder rauf. Geil. So, weiter geht's hier jetzt. So, zack. Da unser Ding hier gleich tot ist. Ey, was machst du denn da jetzt? Ah, du bist das Ganze, das Neue, okay. Nehmen wir uns mal ein Neues. Ach, ja, ja. Hm, ja. Hm, ist ja ein Traum. Ja. Wunderschöne Fahrkunst, die wir hier wieder vorweisen. Gehe jetzt aber so durch. Einfach mal auf Risiko. Oh. Ja, auf Risiko gegen die Wand, die er rettet. So, jetzt. Schnell, schnell. Nein. Nicht schnell gegen die Wand. Was machst du denn? Nein. Hör doch auf. Oh nein. Oh. Naja, tut mir echt unglaublich leid, dass es jetzt hier so, naja, anders verläuft als geplant. Aber ihr könnt euch freuen. Ich glaube, wir sind gleich da. Da ist schon die Brücke. Ne, halt, das ist eine Brücke nur. Und wie ist auch gerade kein Typ mehr hier. Ah, nein. Oh. Hm. Ja, wenn jemand noch solche Probleme bei seinem Spiel hat, dann würde ich jetzt auf jeden Fall bitte Bescheid sagen. Wollt ihr gerne mal wissen. Ich sag mal, extrem. Das ist ja auch noch nie passiert vorher. Noch nie. Nein, 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 nein. Oh. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade hier so in die Luft schlage, aber irgendwie beruhigt es mich doch ungemein. So, jetzt mal nach da oben, glaube ich. Nein, 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 nein. Noch nie. Ja, und wieder in die nächste Wand gegen. Ey, jetzt hackt man auf den Spiel. Wird ja immer schöner. Das war richtig. Naja, wenn's hackt, dann soll's richtig haken, wa? Aber verpiss dich. Ging's jetzt hier lang? Ja. Okay. Jetzt bloß nix Falsches drücken. Komm. Komm, Baby. Ja. Über die Brücke. Ja, und jetzt hier lang. Schnell. Ah, wie viel kommt denn jetzt hier noch überhaupt? Wie gut, dass ich das doch aufgenommen habe. Hallo? Hallo? Ja? Seid ihr noch da? Ich hoffe, ich hab's jetzt überhaupt noch aufgenommen. Sonst kann ich mir jetzt gerade alles hier schieben und mit dem Hintern schieben, was ich hier mache. Ah, hier heute ist ja auch einfach flixter Tag. Ja, der ist weg. Wir fangen hier gegen die Wand gegen. Ja, ja, jetzt leck mal doch am Arsch. Und ich glaube, das ist das Ende. Ja. Und wir haben's geschafft. Ja, will er wirklich. Er ist sogar so weit bereit dafür, seine Spuren zu verwischen, dass er meinen PC hackt. Master Skywalker und Master Katan sind bei ihren Missionen noch nicht zurückgekehrt. Ja, ja, ist okay. Kein Problem. So. Was ist das hier? Ah, ja, die dauert ein bisschen länger. Äh, den mach ich jetzt auch nicht auf. Oh, den hier. Nee, nee, nee. Äh, ja, dann machen wir die jetzt. Doch, ja, okay, wir machen sie. Die wird aber, kannte ich euch gleich versprechen, länger werden und man kann es ja ganz klassisch verlaufen. Aber naja. Danke für die Hilfe, Jayden. Luke sagte mir, du wurdest ein fabelhafter Jedi. Jetzt begeben wir uns zu Grildor und füllen uns um die Minenplattform. Kein Ding. So. Heilung ist auch fertig. Coole Sache. Ja, wie immer, äh, diep-ding, diep-ding, diep-ding und starten. Ah, aber ihr wisst nicht, wie froh ich bin, dass wir diese Mission jetzt hinter uns haben. Die war ja ganz grauenhaft, ey. Mann, Mann, Mann. Aber na, egal. Schwamm drüber. Filmsteam. Katzeam. Sorry. Okay, Jayden. Wir gehen mit dem Schildgenerator. Sonst macht das eine kurze Mission. Ja, so, das ist unsere nächste Mission. Gucken wir mal kurz hier runter. Ui. Sieht auch verdammt cool aus, muss ich mal sagen. Habe ich mir noch nie so genau angeguckt. Echt klasse. Der, der kann nicht schießen. Und verdammt tief vor allen Dingen. Und vor allem, warum gibt es beim Imperium keine Abzäunungen? Hier kann ja jeder Idiot und jedes Kind runterfallen. PS, was macht ein Kind in einer Minenstation? Aber naja, ist ja auch egal. Trotzdem, keine Zäune oder hier sowas da los. Gitter oder irgendwas. Hier Sicherheit. Jungs, Sicherheit. Ist ja unglaublich. Naja, ist auch schön. Hier geht es rein auf jeden Fall. Ich werde mal kurz speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ich mache erstmal einen Tag Pause, weil nach der Aktion mit dem Schlitten da geht es mir einfach nicht gut. Naja, bis dann. Tschüss, tschüss.